Das ist die Stadt, die ich liebe. Im ganzen Viertel Familie und Freunde. Du weißt, wie es läuft. Southside Chicago, Bios. Und genau hier im Herzen des Viertels kommen alle zusammen. Im Barbershop. Was geht, schwarze Homie-Freunde? Wer ist auf Gangster-Fuß? Das war letztes Mal mega hot. Hört sich grad mega hot gesagt? Die Straße runter ist ne Bibliothek, da gibt's ein Lexikon voller Wörter. Mega hot findest du dann nirgends? Der ist witzig, der bringt mich zum Lachen. Was ist aus dem Barbershop geworden, Kel? Früher hatten wir Ruhe vor den Weibern. Angie und ich, wir wollten beide mit den Läden schuldenfrei bleiben. Wir mussten uns zusammentun. Hat uns beide gerettet. Unglaublich, ihr tragt alle so viel Geld auf den Köpfen rum, man hat keine Kohle mehr für die Niete. Mit den Haaren und dem Arsch. Verdammt. Ist das so, als hätte man eine schwarze Amex? Und ich werde nie abgelehnt. Warum redet ihr immer über sowas? Ist echt verrückt auf den Straßen. Ich wurde neulich fast überfallen. Ich wurde zweimal überfallen und beim zweiten Mal auch noch verprügelt, weil ich mein ganzes Geld dem ersten Räuber gegeben hatte. Mit der war nichts zu spaßen. Das Viertel war schon immer hart. Hey, hey, komm her! Aber jetzt ist es irgendwie anders. Draußen wird geschossen! Ich will nicht als Jungfrau sterben. Dann los, runter auf den Boden! Auf keinen Fall, es dauert zu lange, um wieder hochzukommen. Nebenbei müssen wir Jalen in dieser Umgebung großziehen. Du kapierst einfach nicht, wie gefährlich es da draußen ist. Wollt ihr irgendwas kaufen? Wir holen uns unsere Straßen zurück. Wenn wir uns zusammensetzen, finden wir schon eine Lösung. Ich bin voller Liebe für die Leute in diesem Viertel. Dreh richtig auf! Das ist eine meiner besten Arbeiten. Ich wette, der gibt seiner Mama keine Widerworte mehr. Hab ihm Arsch mit Ohren gemacht. Nein, nein, nein. Hallo, mein Name ist Aaron Gilbert, Doktor der Teilchenphysik. Das Zeug ist überall rein, übrigens.